Hallo, mein Name ist Melanie Reischl, ich komme aus Weikatschlag an der Theia. Ich bin seit Februar 2012 bei der Waldviertel Akademie in der Buchhaltung tätig und seit 2013 im Vorstand. Ich bin bei der Waldviertel Akademie, weil mir das Waldviertel und seine Belebung einfach am Herzen liegt. Ich bin bei der Waldviertel Akademie.